Sieben Bars, Aussichtssalon, Rauchersalon, Bibliothek, Kaminzimmer und Internetcafé laden zum Verweilen mit Freunden und Mitreisenden ein. Die stilvollen Nichtraucherrestaurants, Vierjahreszeiten und Amadea bieten Ihnen die Gastlichkeit und den aufmerksamen Service, welche eine Seereise erst perfekt machen. Ja, was ist das einzigartige? Also ich sag mal für die Amadea bestimmt jetzt, dass es jetzt das Traumschiff geworden ist durch die ganz bekannte CDF-Reihe, die ja schon auf anderen Schiffen angefangen hat früher, über die Berlin und so weiter, über die Astor, dann die alte MS Deutschland und jetzt wie gesagt die Amadea. Ist also für dieses Schiff natürlich, denke ich, für jeden Küchenchef das Nullplusultra, was das ausmacht, auf so einem Schiff dann zu arbeiten. Freuen Sie sich auf ausgewählte Speisen, Themenabende und natürlich als Krönung einer jeden Seereise ein festliches Gala-Dinner. Wundervolle Tage und himmlische, aufregende Nächte machen Ihren Urlaub auf MS Amadea zu einem absoluten Highlight. Untertitelung des ZDF, 2020